Für Inkompetenz haben wir keine Zeit. Wird dieser Charakter meinen Ghost ersetzen oder nicht? Denn, Alter, Woods, Digger, diese 28 Euro, die habe ich da so reingescheppert mit Freude, ne? Alter, no shit. Ich dachte mir, komm, scheiß drauf, es ist Woods, Alter. Woods, den brauche ich. Digger, wie gesagt, ich weiß nicht, wird dieser Charakter Ghost ersetzen oder nicht? Denn, Digger, der Charakter ist einfach nur fresh as fuck, Leute. Digger. Junge, auf jeden Fall, wir werden uns mal anschauen, wie die Voicelines und so weiter sind, Alter. Ich weiß ja, wie die von Ghost sind. Wir gehen einfach rein. Kein Bock auf Team Deathmatch, Alter. Was soll denn der Schmutz? Abschluss bestätigt, Alter. Ihr kennt das Prozedere. Gehen wir mal auf Killhouse, suchen uns eine Lobby. Wir haben direkt eine Lobby gefunden. Und wahrscheinlich ist es so eine Lobby, wo ich gleich wieder quitten werde. Werdet ihr gleich sehen. Da sind wir wieder, meine Freunde. Wie gesagt, es war natürlich eine Lobby, die ganz kurz vorm Ende sind. Fünf Punkte haben gefehlt. Einer pimmelt da oben mit einer VTOL, der gerade direkt gequitted, neue Lobby gesucht. Und wir haben diesmal Abschluss bestätigt auf Hijacked, Alter. Wir werden uns Woods jetzt so schön gönnen. Der sieht so geil aus, Digger. No shit, der sieht echt gut aus. Oh, hoffentlich hat er auch ein paar schöne Voicelines. Übrigens spielen wir wieder die DM16, die wir auch letztes Mal beim Road to Damaskus gespielt haben. Einfach mal so, weil Seasonal Challenges machen, ihr wisst Bescheid. Und hier, wie gesagt, soll es nicht um die Camos gehen. Ich spiele hier einfach nur aus Fun. Schade, dass es natürlich der englische Woods ist, Alter. Wenn die deutsche Voicelines bringen würden, ne? Digger, ich wäre... Keine Ahnung, Alter. Ich würde sogar für das deutsche Voiceline-Pack bezahlen, wenn es sein muss. Ey, das wäre übel heftig. Aber Woods, Alter. Einfach legendary Charakter, Alter. Es muss da einfach sein, dass ich mir den gönne. Ey, bis durch. Bis jetzt sagt er nicht viel. Fuckt mich ab, Digger. Rede doch. Was soll denn der Scheiß, Alter? Woods, Junge. Habe ich 28 Euro bezahlt, damit er die Fresse hält, oder was? Ja, ich spiele ja immer noch abschlussbestätigt. Vielleicht soll ich mal weniger Marken sammeln. What? Und ein bisschen mehr auf Kills gehen? Digga, was soll denn der Scheiß? Okay, das hat sich gerade sehr scheiße angehört. Digga, Woods ist einfach so geil. Woods ist so geil, Digger. Ich schwöre, diese 28 Euro haben sich gelohnt. Die habe ich mit Freude und mit Genuss ausgegeben, Alter. Mein Paypal hat einfach nur geglüht, Alter. Donation-Link in der Beschreibung. Sorry für den Hustenanfall, Jungs. Weißt du auch nicht, was das war? Nee, Spaß beiseite, Alter. Digger. Ist zwar teuer gewesen, das Pack. Also wirklich, 28 Euro. So viel habe ich wirklich noch nie in ein Mobile-Game reingesteckt. Digga, was war das gerade für ein Sound, Junge? Ich schwöre, das hat sich angehört, als ob ich gleich sterbe. Ich bin gestorben, aber ihr wisst, was ich meine. Yo. What the fuck? Also wie gesagt, 28 Euro ist arschviel für ein Mobile-Game, Alter. Mit diesen 28 Euro hätte ich mir... Was hätte ich mir damit kaufen können, Alter? Ich habe mir letztens die Serious Sam Collection auf PS4 gekauft. Digga, die hat 30 Euro gekostet. Das war einfach mal ein vollwertiges... Beziehungsweise drei vollwertige Spiele für die PS4, Alter. Ich versuche mal, Leute zu knifen. Nein. Ich muss vier Leute noch knifen, das weiß ich. Digga, warum hört sich das so krank an, wenn man stirbt, Alter? So richtig der Inception-Sound-Effekt, Junge. Was ist denn da los? So, gehen wir mal kurz auf die Secondary, Alter. Wow, shit. Hey! What? Digga, ist das jetzt nur bei Wood so? Digga, das hört sich übel krank an. Das hört sich ja richtig sick an, Junge, wenn man verreckt. Alter, das hat Ghost nicht, Junge. Ja. Und dabei ist Ghost ja so Hardcore-OG. Was soll denn das? Ey, komm her, ich will nur knifen. Digga, das Knifen ist so schlecht in diesem Spiel, ne? Ich kassiere nur auf Schnauze, das ist so behindert. Ich höre auf damit. Einfach aufschauen. So, weg mit dem Marker. Oh, sagt er das geil. Junge, Junge, Junge. So sexuell erregend. Woods, übertreib mal nicht deine Lage. Oh, den kann ich knifen. Ihr Wichser. Aber da waren doch noch welche. Ja, drei, Diggi. Vier. Ein Headshot mit dem Messer, Junge. Mach nach! Hey! Mir wird einfach der Kill geklaut. Tschüss dich! Tschüss dich! Okay. Ich müsste jetzt meine fünf Nahkampf-Angriffe haben, weil ihr wisst Bescheid, Alter. Desert Eagle anlocken macht sich nicht von selber. Und wenn das jetzt mit diesen normalen Knife-Angriffen nicht funktioniert, Alter, dann muss ich meinen Carabin mit Knife auspacken. Dann wird es richtig lustig. Das hätte ich eigentlich vorher ins Waffen-Set packen sollen. Das war so dumm. Fiss dich! Digga, der letzte Burst hat noch gerettet, Alter. Hin und wieder ist es echt so, wenn ich mit dieser Waffe reinburste, Alter, brauchst du entweder drei Burst, vier Burst, weil sie absolut wack ist. Oder die fetzt so um, wie sie soll. Hier, habt ihr gesehen? Genau das meine ich. Auf einmal fetzt du um. One Burst, Alter. Wartet ab. Hier, das waren wieder zwei Burst. Digga, läuft nicht. Scheiße. Nie wieder Ghost, Alter. Nie wieder Ghost. Stellt euch vor, Ghost ist ja irgendwie genauso wie damals ein MC5, Alter. Die lilane Granate war einfach mein Markenzeichen. Und hier in COD Mobile ist es einfach fucking Ghost. Ja, ich weiß nicht. Ich kann doch Ghost nicht einfach ersetzen, Alter. Auch wenn Woods so geil ist, Digga. Ich feier den. Zwar sind seine Voicelines... Kann man besser machen. Aber gut, es sind immer noch die englischen Voicelines. Deswegen rede gar nicht, Alter. Rede gar nicht, Infekted. Mit deinen Voicelines, Alter. Und unbedingt die deutschen Voicelines brauchst du. Nee, Alter. Digga, trotzdem. Woods, geiler Charakter, Alter. Bro, wo ist dein Aim? Was war denn das für eine Pisse? What the fuck? Egal, Alter. Die Bots scheppern wohl wieder rein, Junge. Ey, ich bin gespannt, was die nächsten Charaktere sein werden. Ich weiß, dass Makarov noch im Shop ist. Digga, Makarov würde ich mir auch so gerne holen. Aber ehrlich gesagt, Makarov ist mir die Kohle legit nicht wert. Oh, es hat tatsächlich gezählt mit den Nahkampfkills. Ja, geil, Alter. Da muss ich den Scheiß schon mal nicht machen. Battlepass 41 ist auch am Start, Alter. Bald fertig. Ich denke mal, zwei Tage maximal. Wirklich maximal zwei Tage. Dann ist der Scheiß auch durch. Was ist eigentlich mit dem geteilte Reiterevent? Feinde in Battle Royale töten, Digga. Aber vergiss es, Alter. Vergiss es. Ich soll dieses Event irgendwann mal zu Ende spielen. Aber nicht, wenn man Feinde in Battle Royale töten muss. Okay. Woods, Alter, geiler Charakter. Ob das jetzt der neue Main-Charakter von mir wird, weiß ich nicht. Denn Ghost ist immer noch eine Ikone. Und einfach mein Markenzeichen in COD Mobile. Vor allem Season 1, OG Ghost. Wie gesagt, ich spiele mit dem wirklich seit Season 1. Und ich habe keinen anderen Charakter benutzt als Ghost. Beziehungsweise jetzt natürlich Woods im Video. Und ansonsten für irgendwelche Seasonal Quests mal irgendwelche Schlangen-Skins in Battle Royale usen oder sonst was. Ja, gut. Das war es dann auch mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen dicken Daumen nach oben da lassen. Diesen Direx-Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich mal sagen, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Und merkt euch eins. Für Inkompetenz haben wir keine Zeit. Bis zum nächsten Mal.